Leute, ich laufe jetzt hier gleich, ich bin jetzt gleich im Medical. Hinter mir sind zwei Zombies. Ich bin im Medical. Ich warte auf dich. Ich habe einen Zombie am Arsch. Warte, steht da ein Zombie oder ein Spieler? Hinter den Hallen? Zombie. Nein, nein. Der Eckbar? Liegt da was? Ist ein Zombie, ist ein Zombie. Wo seid ihr hier? Rechts, 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 rechts. Innerhalb? Links, links, links. Hier, andere Straßenseite. Seid ihr hier hinter den Schienen? Seid ihr in die Hallen rein oder was seid ihr? Nein, wir sind zweit. Ich glaube, keiner in den Schuss reingelaufen. Bin ich, bin ich. Achtung. Wo ist der hin? Ich glaube, auf dich geht es hier. Hattest du gemerkt? Ich habe einen Zombie am Arsch. Ich muss kurz einmal in den Winter machen, wenn man wo ist denn rum? Puh, oder sieht das nur so aus? Schuss. Ich habe geschossen auf den Zombie. Oh, ich habe ihn gehört. Von rechts kommt der Schuss. Ja, Mosin, Mosin. Oh, an der Landzunge irgendwo. An der Landzunge wahrscheinlich, ne? Ne, ich weiß, wo der ist. Der ist, glaube ich, da hinten. Oh. Ach, hier, wo ich hinguck. Hier kann ich nichts nehmen. Sehe ich nichts. Geradezu. Wege der Sonne ist er doch. Ja, ich sehe ihn auch nicht. Von da kamen die Schüsse. Oh, da sieht man so. Von wo? Aus welcher Richtung ungefähr? Dann laufe ich hin. Ich habe ja nichts mehr. Das ist egal. Ich bin zu Gauder. Ja, aber der sieht dich so gut. Ja, wir haben nur seine Sachen. Ja, der ist ja auf jeden Fall. Von rechts. Schuss, Schuss. Jo, der ist da wirklich. Wo meinst du? Die Landzunge mit der... Ja, da hinten steht. Ja, da habe ich ja vorhin schon vermutet, wo er nicht hin ist. Oh, ich wurde getroffen. Robin, schon wieder? Von wo denn? Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Ich hatte gerade evil zu gazing. Also, weißt du, wo du bist oder wie? Guck mal, wann hier drüben. Ich bin an der ersten Lagerhalle. Ja, der ist... Wir sind hier nicht so nah. Ja, ja, ja. Der ist Manuel. Guck, wo ich hinguck. Da ist er irgendwo. Da hinten an der anderen Seite. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Aber ich trau mich schon. Ich würde ja fast noch sagen, rechts vorne von uns. Ja, Jungs. Mit dem lege ich mich da jetzt nicht an. Warte mal, ich komme wieder zu euch. Wer ist ganz rechts nach hinten gelaufen, Robin? Hä? Ich bin an der ersten Lagerhalle. Wer ist Erik? Erik, bist du das, ne? Ja. Okay. Oh, ich dachte gerade. Erik, du darfst den nicht wie ein Bambi anziehen. Ich muss dein Zeug auch nicht wieder. Hast du dein Zeug wieder, Erik? Nee. Das habe ich ja. Das ist jetzt mein neues Zeug. Ich habe ja nichts. Ich hatte ja auch nichts. Weshalb? Ich mache nichts mit dem. Der ist mir zu gut, Jungs. Da habe ich keinen Bock drauf. Nein, nein. Ich mache das alles kaputt. Den will ich jetzt sehen, sein Zeug. Wo ist der? Den holen wir jetzt. Der hat nur schwarze Klamotten und die Moseln. Ey, der ist ja unabrief, der Landzug. Sonst hätte er mich nicht gebrochen. Robin, gib mal erstmal Erik was wieder. Dahinter haben wir uns doch mal ausgelockt, oder? Nein, lass nur euch. Ja. Jetzt gucken, wo ich ins Garten kann. Dann hängt der da rum, ja. Ich glaube, ja. Ach, an der Landzug? Also doch. Sonst wäre ich jetzt tot. Bin ganz kurz da aufs freie Feld gelaufen. Wer kann gut snappern? Ich habe eine Position, wo ihr ihn wegholen könnt. Glaube ich. Ich renne jetzt Richtung... Robin? Aber der ist ganz an der Spitze, ne? Ja, Robin. Oder auch. Robin? Komm mal hier hinter dem großen Gebäude, hinter dem roten Gebäude. Und geh hier auf den Turm rauf. Nee, ich kann aber nicht hier weg, sonst bin ich tot. Wer hat denn noch eine... Ich bin ja jetzt hier gefangen. Ich, 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 ich. Hier hoch, hier, hier, auf den Turm. Hier, hier. Ich glaube, wenn du hier hochgehst, kannst du über das Haus rüber gucken oder hin? Mit Long Range. Nee, kann ich nicht. Die erste Etage, die ich da gerade mal auf Dach höre. Ja, reicht doch aus. Ich glaube nicht, dass ich da hinkucken kann, oder? Ja, kann ich versuchen. Vor allem, er sieht dich nicht. Weil du direkt hinter hinterher hochgehst. Ich gehe jetzt auch wieder hoch, ne? Ich gehe jetzt auf die erste Landzone, wenn man von soll nicht nie kommt. Und guck mal, ob ich denn sehe, ja, von dort aus. Oh, wie schnell bist du, Alter, der Server leckt ja voll. Ich liege auf dem Dach, ne? Hä? Kann ich auch nicht stehen, aber ich habe ja nichts. Nee. Achso, da, ich sehe, ich sehe ihn jetzt. Nee, ich kann hier die Landzone an der Spitze, wo der ist. Willst du irgendwas rotes an? Siehst du nicht? Nee. Nee. Scheiße. Das wäre cool gewesen, jetzt von hier. Was blaues. Weil da guckt er definitiv nicht hin. Wer sieht was blaues? Hinter dir war noch irgendwas. Unter mir. Irgendwas rotes, ja. Ich renne einfach weiter. Mensch, der wird sehr scheißegal jetzt erst mal. Also theoretisch kommen wir ja nur von links da dran, oder? Ja, da gibt es so einen Dicke. Aber er hat sich ja richtig gut im Blick, ne? Der holt uns ja alle einzeln weg. Hinter mir ist wirklich was rotes. Hinter mir läuft ein roter. Easy, easy, easy. Hinter mir läuft ein roter, ja. Zombie, wer macht meinen Zombie-Platz, wenn ich hier? Ja, läuft jetzt am Hafen. Seht ihr den roten? Der läuft jetzt am Hafen. Schüsse? Wenn er herkommt. Ja, Zombie. An der Landzunge ist einer. Ich habe gerade jemanden laufen sehen, glaub. An der Spitze. Ganz kurz. Ich sehe nur welche unterhalb von so einem Kran laufen. Dann auch welche? Oder ist das ein Zombie? Da ist ein roter mit roten Dings, Sachen an. Wie viel sind denn jetzt da? Ist aber ein Bambi, glaub. Ist doch fuck mit der Sonne, ey. Ja, ja, die nervt richtig da, ey. Ja, dort ist ein, an der Landzunge ist doch, ich habe gesehen. Ich sehe ihn von hier aus. Ihr müsst von hier aus, dann könnt ihr nochmal treffen. Ich bin auf der ersten Landzunge. Ich könnte rüberschwimmen mit dem Boxen, aber das sieht er nicht. Ich bin während von so einem Kran nicht gekommen. Wasser achtet der, glaub ich, eher weniger, ne? Aber wenn ich rüberschwimmen, ist eigentlich sinnlos. Ich habe nämlich nichts. Ich komme jetzt zu dir. Bring dir dann deinen Mose. Und der ist auch gerade dort hinter dem Dach. Der ist auf jeden Fall dort. Ich habe ihn gerade kurz gesehen. Du bist, äh, na, bist du an den Krähen, Erik, da irgendwo? Wer ist da hinten? Ne, ich bin... Oh, da hinten, Rüberschwung. Wer ist das denn weiß? Ich, hinter dir? Achso, ja. Ich gucke ob... Ja, guck dort ein Stück hoch, immer. Weiß nicht, ob er mich schon gesehen hat, hier. Ja, ja, der guckt immer hoch, Achtung. Der guckt immer hoch und runter, der guckt immer hoch, ich sehen. Das, der... Achtung, ich glaube, der sieht euch an. Äh, nee, an der Spitze von der Zunge, fast schon. Warte, ich seh den. Welcher equippte Spieler läuft hinten rechts? Straße? Ja, Hauptstraße. Ja, Robin und ich. Seh den, der zielt, glaube ich. Warum seid ihr so weit rechts? Der zielt in irgendeine Richtung zielt da. Ich könnte ja drüber schwimmen. Wie viel Meter saß? 300, 200, von mir. Ja, 400, 500. Wo bist du denn? Welche Landzunge? Die ganz erste, wenn man von Solnitschnik kommt, die erste Landzunge. Ich weiß nicht, ich hab's, ich seh seinen Kopf, aber... Du musst da direkt am Wasser laufen. ...deine Mosen, weil dann kann ich rennen, dann kann ich... Wo bist du? ...wär mich, weil ich bin zu lahm. Ich bin jetzt an so'n... Schüsse? Ja, ich so. Ich bin so... ...schüsse, ja. Ich schieße auf den, ja. Oh, ich bin tot. Hä? Scheiße, ey. Wieso auch immer? Wo hängt mir rum denn keine Wolken? Weil ich weiß auch nicht, ich weiß momentan nicht mehr, wo ihr seid, Jungs. Oben immer noch auf dem Dach. Das ist grauselig. Ich... Ach, was soll ich jetzt schon... Wo bist du gestorben, wo ist Robin gestorben, Jungs? Ganz unten am Hafen. Hä, wir schießen mit dem Mosen von rechts noch? Das sah ich, Zombie. Ja, egal, ich will mir jetzt so drüber. Hab gut Glück und boxt in den Umfleisch. Du bist ein wenig. Wo ist Robin gestorben? Ganz unterm Hafen. Da... Weiß ich nicht, wie der mich gesehen hat. Warte ich... Ich guck mal, ob ich dich looten kann und legt ein Kram hier zur Seite. Dann pass auf, wenn er dort stirbt. Ihr seid doch nach rechts gelaufen, ne? Ihr seid doch rechts hier. Ja. Bei den beiden Kräden, ihr ist sie oder wo? Ja, noch dort. Ja, so ziemlich. So, du bist jetzt komplett frei oder so. Ja, könnten mehrere sein. Wer ist hier der Rote, der Rote? Der Rote sind Gegner. Ach, liegt der Robin da direkt auf der Straße? Nee, nee, ist schon im Hafengebiet, aber am Ende. Scheiße, der will... Also am Anfang, wenn man zu vollen Sönischi kommt. Wer liegt da auf der Straße, der Robin? Ja, auf der Straße liegt Robin nicht, der liegt hier am Dings. Im Hafengebiet auf der Straße? Ja, ja, komm mal hier hin, bitte. Du hast doch eine M4, ne? Ich sehe den Roten laufen. Ja, schieß den, äh, schieß den. Weiß nicht, ob der noch an der Spitze ist am Hafen, der Typ. Ja, ich sehe seinen Kopf. Wer will den looten? Nee, der hat so anders. So nimmt sich der Kopf von mir. Bist du in der Nähe, Manuel? Das Problem sind dann... Äh, hier sind noch andere Spieler, ne? Wer läuft hinter mir? Ich. Ich bin direkt am Hafen gespawnt, wie geil. Ah, ich dort laufe da rum. Jetzt laufe... Oh, nee, da kann ich gar nicht rüber schauen. Das ist ja immer drüben. Ach, das bist du Robin, du bist dort gefroren, an der Landzunge? Nein. Da ist jemand an der Landzunge langgelaufen, in Bambi. Ja, schieß auf mich, schieß auf mich. Nee, ne? Von links kommen Schöße. Ich hab den Bambi erschossen. Ich hab den Bambi erschossen. Ich dachte, du bist an der Landzunge bis vorhin, Robin. Ey, Easy, da vorne lagen doch auch noch Leichen gerade. Hast du die gesehen? Nein. Dann darf der Mann... Nein, komm mal kurz her, komm mal her. Der läuft dort rum, der Spieler. Komm mal kurz her. An der Landzunge. Guck mal jetzt hier, dahin, die Leiche. Lag die da vorhin schon? Ich hab keine Ahnung. Die da gerade liegt. Ja, rüber. Welche Leiche meinst du denn? Da liegen... Ey, hier, Leute. Wo die Straße liegt? Ja. Also am Hafen direkt am Wasser? Ja, eigentlich hab ich da erschossen, Bambi. Ach so. Weil ich wollte grad sagen, wie kommen die ganzen Leichen hierher? Ich guck doch, wie das siehst du, Nils. Ja, ich hab mich ein bisschen unplatziert. Wo haben wir Robin Sachen? Die liegen da direkt neben Robin. Hier wurde er erschossen? Oh. Ich frag mich auch, wie... Von hinten oder so, Jungs, Jungs, Jungs. Ich seh' den nur, wenn der oben über der Hand kommt. Von hinten, dann werden die er jetzt... Jetzt, jetzt läuft er wieder dort rum. Ich hab den so schön hier im Blick. Ich seh' den nicht, der läuft aber geduckt wahrscheinlich. Ja, der ist geduckt. Guckt er wieder mal... Der duckt immer und guckt nur ganz kurz hoch. Das hat er vorhin am Bahnhof auch gemacht. Ja, von sollen nicht hin kommen. Also nie... So, dann... Jetzt, jetzt guckt er wieder. Jetzt müssten sehen. Jetzt guckt er wieder ins Ziel. Schüsse? Ist doch ein M4. Ja, das finde ich. Hast du auf ihn geschossen gerade? Ja, natürlich. Ich glaub, der hat's uns sogar getroffen. Ich bin ja der Boss, ne? Ja. Ich hab keine Ahnung, was ich getroffen habe, müsste einer hinlaufen. Ich frag mich, wie der den Robin getroffen hat dann. Von hinten oder was? Ja, die ist das Aimwall, Egg, Aimbot, Ghosten... Keine Ahnung. Also, der hat dich aber gesehen, Erik, oder? Ja, gut, aber der... Ganz ehrlich, Jungs, hier, wo... Ah, der lebt noch. Der lebt noch, scheiße. Hier, wo ihr langgelaufen seid. Ich seh' den nicht. Hat er euch gesehen? Ah, nee, den kannst du ja sehen. Easy und Robin. Weiß, der sieht mich schwimmen. Ich hab ein weißes T-Shirt und blut. Ja, der schießt auf mich jetzt im Wasser. Ich schwimme nach links, dann muss er nämlich... Jetzt bin ich tot. Ah, der hat mich, ey, in einen zweiten Schuss sofort getroffen, obwohl ich schwimme, ne? In den Kopf. Dann darf der niemals herausfinden, wo ich liege, Alter. Dann bin ich tot. Der muss sich nicht im Kopf treffen, Erik. Du bist Nubi. Ja, gut, es kann sein. Scheiße, ich dachte dir die... Da liegt rechts auch ne Leiche im Wasser, ne? Easy, hast du die schon gesehen? Der ist wahrscheinlich... Guck mal in die Richtung, wo ich gucke. Ist das ne Leiche, oder ist das... Nee. Der Schwarze da? Im Wasser? Noch ein bisschen nach rechts gehen, noch rein, nach rechts gehen. Eins schon nach rechts. Da? Ja, doch, da hab ich ne Leiche. Ja, eben. Vielleicht, Erik, bist du schon an dem Steg vorbei? Nee, das war nicht, Erik. Erik, da ist er von links geschwommen. Ich bin's gleich an meiner Leiche, ne? Ich bin weiß. Ach, jetzt bin ich doch schon. Rechts, 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 Robin, rechts. Der schießt auf dich. Du blutest doch. Nee, nee. Du blutest wie Sau. Ja, das war ein Zombie. Erstmal verbinden. Ach, ich bin... Hast du was, okay? Ich bin immer noch die Ecke im Blick. Wenn ich ihn einmal treffe, dann dürfte er da down sein. Aber der zeigt sich nie lang genug. Ja, weil der nur kurz vorguckt. Ja, weil... Oh, warte, da ist er. Meinst du, man könnte ihn von der anderen Seite erwischen auch? Ja, von rechts kann man den holen. Von rechts kann man den holen, wenn er nochmal... Und da habe ich den öfters so langlaufen sehen. Also nicht aus... Dann hätte man den treffen können. Ich meine, aus Richtung Svetlo, die Ecke. Nee, von dort ist schwierig. Wir müssen noch weiter hinterlaufen. Weil der ist an der Spitze von der Landzone. Jungs, wenn wir hier im Winkel noch weiter zurücklaufen und dann an... ...rechts von dem Steg laufen. Ja, der muss ja auch hingekommen sein, ne? Ah, nimmt er die Axt. Wir nehmen die Hose, ne? Was? Das ist Eriks. Dann nehme ich die mit. Aber da ist nichts drauf, ne? Ey, sollen wir... Sollen wir rechts rumrennen? Also wie du... Ja, einer rechts, einer liegen. Ich... Lass uns mal da hinten hin. Ich gucke von der Mitte. Ich kann die Mose nicht aufhören. Die sieht man nicht liegen. Seht ihr die liegen? Ich sehe die nicht liegen. Wir tappen. Wir laufen jetzt in die andere Richtung, ne? Ja, ich schließ die Rom bis hin. Richtung Zwettlung. Jo. Ihr muss Angst kriegen, natürlich. Ich muss aber fett aufknurren. Das ist mein Problem, gerade. Zombie ist hinter dir. Zombie ist hinter dir. Ja, ja. Wo ist denn der? Ich weiß nicht mal, wo der ist, ne, Jungs. Ach, Leute. An der Landzone ganz vorne. Der war noch an der Landzone. Den sieht man ganz... Ganz vorne. Ja, schon. Aber wie kann der denn Robin hier hinten treffen? Das ist ein ganz anderer Winkel. Ja, das stimmt eigentlich. Das ist ja... Ich gucke jetzt gerade nur hier... Mich wundert es nur, wie wir das von hier hinziehen. Das hat er ja einen Aim-Bot. Dann hätte er dich wahrscheinlich mit einem Schlüssel gemietet. Und nicht mit zwei. Ja, gut, jetzt im Wasser, das stimmt. Also da ist er vorher im Wasser abgeprallt. Versuch mal diesen Steg hier lang zu rennen. Den zweiten Steg. Ich war an dem rechten. An dem ganz rechten, wo so eine höhere Mauer noch drauf ist. Ja. Und da kann man bis vorlaufen, ohne dass du dich sehen kannst, wenn man genau... Konnte man den sehen? Man konnte den manchmal sehen. Der ist manchmal dort lang gelaufen, dann. Ach, ist der auf der kleinen Insel da vorne, davor? Ja, da renne ich da lang. Und dann siehst du ihn manchmal mit Glück. Aber jetzt, weil ich mich dort erschossen habe, wo ich geschwommen bin, kannst du ein paar Sätze mehr auf? Ja, dann können die eine rechts und ich gehe da hin. Und jetzt haben wir den müssen. Ich gehe da jetzt schon hin. Wir sind doch viel mehr Spieler, wenn wir glaube ich gleichzeitig rüberlaufen. Jungs. Ich renne zum Restaurant. Ja, bei dem, ey, Malta. Der holt uns alle. Ich könnte den noch ablenken. Ich laufe einfach von vorne auf den drauf zu. Zickzack. Dann bist du direkt tot. Zickzack geht schon irgendwie. Ja, zickzack. Ich gehe auf was anderes. Durch die Säule der Landzone, wo die zwei Schwarzen da letztens waren. Wo die am Restaurant waren. Genau, dort ist er. Wo man am Restaurant waren und die auf uns geschossen hatten. Dort ist er, ja. Alles klar. Von hinten. Jungs, könnt ihr mir kurz sagen, wo ihr seid? Ich bin am Restaurant. An der Landzone dahinter direkt. Am Restaurant. Aber doch von Anfang aus wirst du den nicht reden. Ja, ja, ich weiß, ich weiß schon. Von dort aus wirst du den kaum sehen, weil der ist immer an der Spitze. Ich laufe auch hinten. Die Spitze sieht man von zwischen den Hangern. Also zwischen den Lagerhallen, ne? Ja, und man sieht die von der anderen Seite, wo ich vorhin war. Oh, der haut ab. Der haut ab. Wohin? Der rennt Richtung. Richtung dir, oder was? Also runter. Wieder zurück. Ach nee, da war ein Zombie. Oh, scheiße. Warte, ich guck grad vor. Aber der Nils rennt da, ne? Ja. Der Nils war so ein Zombie am Arsch. Ich weiß. Ich werde sich aber nicht meine Deckung auffliegen lassen.